Hallo Landshut, die Landshuter Zeitung sucht in diesem Jahr zum ersten Mal das Wort des Jahres für Landshut. Und ihr könnt euch gerne beteiligen, und zwar einfach, indem ihr unter eine Kommentarleiste reinschreibt, was euer Wort des Jahres ist für Landshut. Es muss in der Lokal einen Bezug haben, also von Alltagpflaster, Haushaltsloch bis hin zu Tunnelsperrung kann alles dabei sein. Bis Mittwoch habt ihr Zeit dazu und eure Vorschläge werden dann von einer Jury angeschaut und geprüft. Und am 3. Januar wird dann das Wort des Jahres für 2019 für Landshut bekannt gegeben. Wir freuen uns drauf und freuen uns auf eure Beteiligung. Vielen Dank!